Lieber Theraband-Freund, herzlich willkommen bei Arzt, dem Kanal für Sport und Gesundheit. Nach all den Jahren haben es elastische Widerstände, das klassische Gummiband, in jedes Fitnessstudio, in jeden Haushalt und in jeden Trainingsraum geschafft. Der Hersteller des Original-Theraband-Übungsbandes stellt mit CLX nun eine neue Altzweckwaffe für dein Training vor. Das möchte ich dir jetzt zeigen und verrate dir dann, wo du die besten Übungen mit dem Trainingsband findest. Du hast CLX, Consecutive Loops, das heißt fortlaufend x-förmig angeordnete Schlaufen, die es dir erlauben, überall entlang des Bandes zu greifen und zu fixieren. Du kannst also mit der offenen Handstellung trainieren oder greifen und lästiges Wickeln des Bandes entfällt dabei. Optional erhältlich ist der Theraband CLX Anker. Das Produkt besteht aus einem latexfreien Synthese-Kautschuk, erfordert kein Pudern und klebt nicht zusammen. Es ist somit sehr pflegeleicht. Theraband CLX entspricht der gleichen Farbcodierung wie das Original-Theraband-Übungsband und ist in sieben Widerstandsstufen erhältlich. Mit dem CLX hast du alles im Griff und bist wesentlich flexibler in deinem Training. Die Theraband CLX gibt es in den Packungsgrößen 2 Meter mit 11 Loops oder als Klinikrolle in der Länge von 22 Metern, sodass du es dir auf deine Trainingslänge zurechtschneiden kannst. Schneide es bitte stets in der Mitte zwischen den beiden Klebenähten, so geht keine Schlaufe verloren. Die Weiterentwicklung des kleinsten Fitnessstudios der Welt bringt auch dein Training auf das nächste Level. Alle Informationen zum Produkt erhältst du in eingeblendetem Link. Bestell dir sehr gerne unter info at arzt.eu deine kostenfreie Übungsanleitung oder lade dir im App Store die CLX-App herunter. Im folgenden Video bekommst du tolle Übungen mit Theraband und CLX mit Fitness-Experte Arne Derricks. Abonniere unseren Kanal und erhalte stets alle Informationen zu dem Thema Sport und Gesundheit. Alles Liebe, bis bald, dein Felix.